Auf der diesjährigen IFA in Berlin betritt der Besucher den Siemens-Stand und damit eine multidimensionale Erlebniswelt. Das Motto hier ist, willkommen in der vernetzten Welt. Denn erstmals präsentiert die Marke Siemens vernetzte Geräte aus allen Produktbereichen. Doch Vernetzung ist nicht alles. Wir wollen mit dem Fortschritt, den wir in unsere Geräte bringen, mit den Technologien, immer einen Beitrag leisten, der das Leben und den Alltag leichter macht. Und ich denke, das ist uns in diesem Jahr ganz besonders gut gelungen. Die IQ 700 ist die weltweit erste Waschmaschine, die es möglich macht, ohne Wasser für wohlriechende Kleidung zu sorgen. Denn die innovative Waschmaschinentechnologie setzt im Sensofresh-Programm natürlichen Aktivsauerstoff zur Geruchsbeseitigung ein und sorgt textilschonend für wohlriechende Wäsche. Ein weiteres Highlight sind die IQ 500 Kühlschränke. Sie verfügen über zwei Hochleistungskameras, die bei jedem Schließen der Tür Bilder vom gesamten Innenraum machen und direkt in die Home-Connect-App laden. Per Smartphone oder Tablet behält der Besitzer so selbst von unterwegs alle Vorräte im Blick. Der Markt für Kühlen wird für uns immer wichtiger. Und wir starten hier auf der IFA mit einem komplett neuen Sortiment an No-Frost-Kühlgeräten. Branchenweit einzigartig sind auch die neuen Features der IQ 800 Waschmaschinen und Trockner. Die Funktion Easy Start empfiehlt die optimalen Programme und Optionen. Man gibt ein, geht es um Hemden, Blusen und die Waschmaschine stellt dann automatisch das richtige Programm ein. Man muss dann nur noch auf Go drücken und schon legt die Maschine los. Die Home-Connect-App bietet außerdem die Funktion Flex Start. Wenn Sie zum Beispiel eine Photovoltaikanlage zu Hause haben, also selbst Strom produzieren sozusagen, dann kann man über Flex Start einstellen, dass die Maschmaschine erst dann startet, wenn eben auch tatsächlich günstiger Strom zur Verfügung steht. Die IQ 700 Kochfelder bringen Schnelligkeit und Flexibilität in die Küche. Wir zeigen in diesem Jahr eine komplett neue Range, ein komplettes Sortiment an Kochfeldern. Wir nennen das Premium-Produkt Varioinduktion Plus. Das Besondere ist, dass wir bei dem Produkt jetzt die Kochzonen eigentlich aufgelöst haben. Es gibt also kaum noch Restriktionen. Man kann die Kochzonen zusammenschalten, man kann besonders große Pfannen und Bräder einsetzen. Und eine ganz klasse Technologie ist Power Move Plus. Man kann vorne anbraten, in der Mitte gart dann das Fleisch weiter und wenn man es nach hinten schiebt, kann man es dann warm halten. Und das völlig automatisch. Man muss also nichts dazu beitragen, sondern man kann sich voll und ganz auf das Kochen konzentrieren. Und das geht eben nur mit Power Move Plus von Siemens. Das Flaggschiff bei den Kleingeräten ist der EQ9 Kaffeevollautomat. Dank vollautomatischer Dampfreinigung wird einem die tägliche Pflege des Milchsystems abgenommen. Die EQ9 liefert alles in puncto einfacher Bedienung, guter Qualität, Auswahl und Geschmack. Der smarte Haushalt von Siemens ist damit komplett und zeigt nahezu alle Möglichkeiten, die intelligente Technologie heutzutage zu bieten hat. Das ist eine Durante, die sich auf die Technologie heutzutage zu bieten.